Ja hallo, Klaus freut sich wieder auf den Bundesliga Start. Ich sitze gerade vor dem TV und frage mich, ob jemand die Bayern jetzt herausfordern kann. Der BVB, meine Lieblingsmannschaft, eigentlich bin ich etwas skeptisch. Die haben mich nicht so überzeugt im DFB-Pokal, aber kann der noch kommen. Aber eigentlich ist die Mannschaft nicht gefestigt. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, den Favre. Ja, vielleicht ein guter Mann, aber der braucht Zeit. Nagelsmann hat eigentlich die Zukunft meiner Meinung nach gehört ihm die Zukunft. Und er war dieses Jahr nicht frei. Und Leipzig hat sich den schon für nächstes Jahr reserviert. Und ja, das ist eigentlich taktisch gesehen für Dortmund sehr schlecht. Denn ich denke, Leipzig und Nagelsmann werden das Kaliber haben, die Bayern herauszufordern. Was im Moment weder Leverkusen hat, noch Hoffenheim und Dortmund auch nicht. Also von daher heißt der alte Meister für mich auch wieder, wie der neue Meister heißen wird, Bayern München. So viel mal von dir und Tschüss Leute.